Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Call of Duty Black Ops Cold War. Wir sind mal wieder hier in der Kommandozentrale und suchen uns mal eine neue... Was ist die Rede mit dem? Eine Mission aus. Neuer Beweis. Achso, ja. Neuer Beweis. Können wir uns ja mal die Beweise angucken. Das ist neu. Wir haben ja ganz schön viele neue Beweise, wa? Wir haben auch neue Beweise. Quasi nun ja, wa? Der MI6 hat das letzte Jahr damit verbracht, eine Gruppe Sowjetagenten aufzuspüren, die in diverse europäische Regierungen eingeschleust wurden. Diese Agenten könnten strategisch positioniert sein, um einen größeren sowjetischen Plan für Europa zu realisieren. Vor kurzem haben wir bei einer Operation Informationen über die Struktur der Gruppe erlangt. Sie wird von drei nicht identifizierten Agenten geleitet. Ihr Betreuer ist der sowjetische Major Vadim Rutnik. Er wurde zuvor mit Perseus in Verbindung gebracht. Wir haben Rutniks Position und können vorgehen. Aber wenn wir nicht vorher seine drei leitenden Agenten identifizieren, riskieren wir, nicht alle eingeschleusten Agenten zu erwischen. Schau dir die Liste mit Verdächtigen hier an. Beweise, die du bei Missionen findest, helfen die drei Agenten zu identifizieren. Wir sollten rausfinden, wer sie sind, bevor wir gegen Rutnik vorgehen. Gut, dass er vorgelesen hat und nicht ich. Alex Perti, männlich, Stockholm, Leslie Sinclair, die müssen halt auch schon. Harvey Spray, West-Berlin ist klar. Aaron Lee, okay. Ist nicht aus wie ein westlicher Mann. Calvin Dunn, Eliana Miller. Claire Koberstein und Jim Krieger. Noch mal kurz hier ein bisschen. Geht gleich wohl los. Steht da was drauf? Wir gehen hier nochmal schnell die Beweise durch. Das war ja die Betäubungspistole, die wir in der letzten Mission hatten. Müssen wir jetzt hier hin, ne? Verzweifelte Maßnahmen. Dimitri Belikov, KGB-Sicherheitschef. Russells Adler hat einen riskanten Plan entworfen, um die Identität der Schläfer aus La Bianca zu erledigen. Sieht aus, als würden wir jetzt mal in das Gebäude hier gehen, ne? Da würde ich mal sagen, starten wir. So lange geplaudert, jetzt will ich mal ein bisschen Amti-Damti machen. Die Lubyanka, das KGB-Hauptquartier in Moskau. Die Akten über die Schläferagenten sind im Archiv in einem Atomschutzkommando Bunker 30 Meter unter der Erde. Der einzige Weg rein oder raus ist dieser Hochsicherheitsaufzug. Wir brauchen entsprechende Vollmachten. Da kommt unser Kontaktmann Belikov ins Spiel. Belikov ist seit fast zehn Jahren unsere Quelle im KGB. Er bringt uns rein. Er hat uns am Jammern-Tau geholfen. Das ist Wahnsinn. Selbst für ihn. Macht er wirklich mit? Eine akute nukleare Bedrohung rechtfertigt jegliches Risiko. Da würde er mir sicher zustimmen. Sims hol Belikov an den Apparat. Oh Mann. Verzweifelte Maßnahme. 81 Moskau. Das war ein Code. Wir sind fast bei den Tunneln. Hast du Zugang zum Bunker? Natürlich. Irgendein Problem gibt es immer. Löse es. Es könnte schwierig werden, einen Bunker-Abschlüssel zu besorgen. Noch nicht. Ich weiß, dass du alles unter Kontrolle hast. Eins noch. Einer unserer Informanten in Ost-Berlin hat vor kurzem die Seiten gewechselt und ist nach Moskau geflohen. Wir haben Grund zu der Annahme, dass er heute in der Lubyanka ist. Er weiß zu viel über unser Berliner Netzwerk. Ich denke an vorzeitigen Ruhestand. Alles klar. Gut, Mann. Jetzt weiß ich warum hattsen so große Stücke auf dich hält. Wir treffen dich am Keller-Abschlüssel sobald du den Bunker-Abschlüssel hast. Wir werden oben im Konferenzraum erwartet. Minister Gorbatschow vom Zentralkomitee ist hier. Gorbatschow. Das Wodka ist reine Seele. Na, ich komme. Hallo, meine Herren. Minister Belikow, setzen Sie sich. Generalsekretär Brezhnev hat Interesse an der neuen Sicherheitssituation. Es gibt einen Maulwurf im KGB. Das Komitee will, dass jemand von der ersten Hauptverwaltung die Untersuchung Oberstkrafchenkus überwacht. Falls Sie ihn noch nicht kennen, das ist Imran Sakajew. Vielen Dank, Minister Gorbatschow. Sakajew können wir irgendwo her. Also ich kenne den Namen. Es gibt keine größere Tragödie als ein von Ihnen zerstörtes Heim. Vertrauen in eine Familie ist heilig. Offenbar teilen nicht alle ihre noblen Ansichten. Genosse Belikow, als Sicherheitschef setzen Sie alles daran, diesen Maulwurf aufzuspüren. Wie weit sind Sie? Ich verstehe. Vielleicht ist die Liebe zu Ihren Genossen zu stark, um sich einen solchen Verrat vorzustellen. Halbsmaul. Für den Moment will ich stärkere Sicherheitsmaßnahmen rund um den Bunker. Sakajew, haben Sie vielleicht eine Empfehlung? Wir sollten den Zugang beschränken. Außerdem würde ich Sie alle gerne besser kennenlernen. Ich will Ihre Hoffnungen kennen, Ihre Ängste und Ambitionen. Tun Sie das, aber ohne zu starke Störungen des Ablaufs. Und wir dürfen beginnen. Belikow, wem würden Sie in dieser Lage noch Zugang zum Bunker erlauben? Genosse Belikow, Entschuldigung, auch Ihr Bunkerzugang wurde aufgehoben. Sind wir lieber vorsichtig, was? Minister Gorbatschow, ich halte es für das Beste, wenn General Tcharkow momentan den einzigen Bunkerschlüssel hat. Nun gut, kümmern Sie sich. Was soll das? Sorgen Sie sich nicht weiter. Ich habe angeordnet, die Bunkerschlüssel einzusammeln. Genosse Belikow, wir sind in großer Gefahr durch die Kapitalisten. Unser Kollektiv, unsere ganze Art zu leben steht auf dem Spiel. Aber warum einen? Der Verräter wird gefangen. Und er wird für seinen Verrat teuer bezahlen. Ich spring gleich über den Tisch, du Penner. Belikow, Sie können gehen. Alles klar, Oberst. Oder wie man euch hier nennt. Verdammt. Ich werde beobachtet. Ich brauche einen Bunkerschlüssel, aber zuerst muss ich mich um die Kameras kümmern. Ich brauche einen Bunker. Ich brauche einen Bunker. Der Bereich ist abgesperrt. Wenn ich hier entdeckt werde, fliege ich auf. So kannst du mir helfen. Jetzt muss ich die Leiche verstecken. Warum gleich Leiche, ey? Schlaf schön. Ich brauche einen Bunkerschlüssel für Adler. Sonst kommt er nicht an den Tresor. Leider ist Tcharkov nun der Einzige, der noch einen Schlüssel hat. Tcharkov. Da. Warte mal. Wenn ich mich mit Schlafkopf treffe, könnte halten ihn vielleicht eine Gelegenheit sein. Okay. Was kann ich für Sie tun, Berlikov? Ich möchte gerne meine Untersuchung mit General Tasse Tee besprechen. Der General befragt einen Gefangenen, ansonsten sollte er verfügbar sein. Sagen Sie mir einfach Bescheid. Ich habe eine Chance, Tcharkov umzubringen. In Kravchenkos Büro finde ich sicher das nötige Gift. Kravchenko. Scheiße. Was ist hier? So, warte, 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 stopp, 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 stopp. So, warte, 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 warte. Ich bin es. Wunderbar. Ich bin es. Untertitelung. BR 2018 Das ist so eine Wand. Versteh ich nicht. Ich warte bis der wieder weg geht und dann töte ich den. Um die Datenerfassung zu löschen. Was ist jetzt hier so ein Katz-und-Maus-Spiel? Könnte ein bisschen länger dauern. Hallo? Oh. Ist einer drin. Ich habe eine Chance, Tcharkov umzubringen. In Kravchenkos Büro finde ich sicher das nötige Gift. Das ist Tcharkov. Ich habe eine Chance, Tcharkov. Ich gehe erst mal da hin. Schau nicht rein. Ich gehe erst mal da hin. Gilt das als Verrat? Ist das scheiße. Wenn ich herausfinden kann, welche Beweise Kravchenkows Männern nachgehen, kann ich sie vielleicht nutzen, um Tcharkov als Mordow hinzusprechen. Gehe ich jetzt nur da hin. Ist ja kein gesperrter Bereich. Wo gehe ich? Wo gehe ich wieder hin? Einzel-Labyrinth hier. Ich gehe jetzt nicht. Ich gehe jetzt mal. kommunikation in wenigen stunden wissen wir von welchem computer sie ausging viel glück bei der untersuchung ich werde bald enttarnt im serverraum könnte ich eine spur zu charco auflegen da komme ich da auch nicht hin so und Vielen Dank. Na komm schon. So, schlaf schön. Drück immer den falschen Klopp. Hier ist das Büro. Hier ist noch einer. Hier ist das Büro. Hier ist das Büro. Oh, scheiße. Oh, dann packen wir ihn da rein. Hier ist das Büro. Hier ist das Büro. Hier steht da auf dem Zettel. Oh, scheiße. Hier ist immer der letzte. Na klar. Äh, äh, äh... Steht nicht drauf. Immer der, der nicht drauf steht. Scheiße. Da ist der obere. Da ist der obere. 0. 0. 0. nicht drauf ich muss immer von vorn wieder anfangen was das für eine scheiße 345 steht nicht drauf 761 345 gut dass man da nichts auswählen muss also jetzt nicht dass man das falsch auswählen man ist trotzdem am arsch diese alten kopiere und drucker diesen löchern an der seite